Untertitelung des ZDF, 2020 Habe ich das jetzt echt gegessen? Das war doch noch jung. Das hatte Augen. Oh mein Gott. Okay. Auf dem nördlichen Kontinent gab es einst ein Paradies der Vögel. Früher spielten hier oft die Vögel. Super. Ich bin der Dunkelheit im Kommen, vielen Dank. Aber ohne andere Lebewesen bleibt diese Welt einsam und leer. Ja, das geben wir einen Land. Na holla, wer bist denn du, schöne Frau? Oder schöne Blume? Hallo Süßer, bist du nicht unser Retter? Als Zeichen meiner Dankbarkeit werde ich dir ein Lied singen. Wunderschön. Ja, hier scheint wieder alles schick zu sein. Hier geht es schon raus. Gucken wir uns noch ein bisschen um. Ah je, die Blume entsprechen. Hm. Oh, puff. Und was ist denn mit ihr kaputt? Gehst du mir noch? Nee, du machst das mit Absicht. Okay. Verstehe schon. Na, allöchen. Schnapp. Gibt es denn nicht irgendwo etwas für mich? Ein Kristall oder so? Würde ich mich tierisch freuen? Ach komm schon, jetzt seid nicht so. Ich dachte, das ist immer gut. Tja. Dann war es das wohl. Dann gehen wir mal weiter. So, wie sieht es hier aus? Äh, immer noch so trist. Na gut. So. Was haben wir denn hier? Was ist das? Auch nichts. Gut, hier gibt es wahrscheinlich auch nichts. Oh. Goyana. Du wirst nun nie mehr allein sein. Wir werden immer bei dir sein. Wenn weitere Lebewesen auferstehen, werden sie dir zur Hilfe eilen. Vor dir liegt das einstiegige Paradies der Vögel. Die Vögel hoffen auch auf deine Hilfe. Alles klar. Wenn wir nicht lange ruhen, wir können sie uns auf die Spur machen. Oder in die Spur machen. Ein Kaktus. Zügenorgen, dort wird deine Hilfe gebraucht. Bin dabei. Jep. Er hat sich gelohnt. Ein auffälliges Stück Wäldchen. Aber nichts ist. Okay. Colorado. Ist hier was oder ist hier nichts? Alter. Oh. Warum? Warum? Oh. Ich... sollte hier bestimmt noch nicht sein. Also ich fühle mich jetzt zumindest sehr falsch. Ich gehe erst mal gucken, ob ich irgendwo was anderes finde. Da geht es nicht mehr. Okay. Das sieht auffällig aus. Sage ich ja. Ein düsterer Wald. Mit ein... Mit zwei Trühen. Und nur eine Knolle. Und... Sehr viel Geld. Danke. Du großzügiger... Spender. Welch eine Tragik, Steve. Einst war dieses Land ein Vogelparadies. Hörst du sie? Die Schreie der Vögel von Trauerfelsen im Norden des Landes. Jemand hat ihnen Lebensquelle angehaut. Seit Jahren warte ich auf ihre Rücke. Mach mal. Willkommen beim Magier. Ja, ich... Nee, ich... Ich will mit... Ja, finde ich auch. Was hast du denn so? Nicht viel. Da ist mein Buch. Das haben wir ja vorhin gemacht. Okay. Wir müssen hier rein. Oh mein Gott. Ich will nicht. Ja... Ja... Ach, das war mir klar. Boah, Alter. Der haut da mal rein. Ach. Das hast du gewusst, war. So... So... Einfach, weil wir es können? Boah. Ich... Ich... Ich weiß echt nicht... Was gegen diesen Typen hilft. Es ist nur die Stichattacke, die wirklich ein bisschen schaden. Ich... 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 Ja... Ja, ist okay. Guck mal erstmal nach Truhen oder sowas. Ich... 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 ...wes nicht, ob ich an den Viechern drin liegen kann, aber... Was ich weiß, ist da oben ist eine Truhe. Und da komm ich von außen an. Also... Ich... Hier nochmal raus und wieder hochklettern. Oh, Schnarch. Und das ist ein Kraft-Elixier. Stimmt, wir haben vorhin... Nein. Nichts. Naja. Das war jetzt gar nichts. Ob die mich jetzt hier runterlässt? Nein, warum? Oh, muss ich jetzt wieder runter? Oh. Doppelschnarch. Aber hier komm ich runter. Ach komm schon. Ja. Na komm, komm, komm. Boah. So. Nicht noch mal mit dir. Ich warte hier wahrscheinlich keine Wüstein, weil ich einfach nur allen Gegnern ausweiche. Ah, die sind da wohl nervig. So. Ist das wahr? Geoblaster. Was ist das? Was ist das? Was ist das hier alles? Was ist bei mir? Guck mal, ob mir er gekommen ist. Das ist sehr gut. Scheint jetzt eine Waffe zu füllen. Oh. Ja, ich bin da. Oh Gott, sei Dank. Okay, der Speer wird wieder gefeiert, der Sonnenstarb nicht. Alter, vor allem wie sich die Musik gleich mal ändert. Zerschmettere auch massive Felsen, na gut. Das geht doch schon besser voran. So, jetzt fühle ich mich gut. Oh ja, ich fühle mich schon eindeutig besser. So, also wir mussten sogar hier lang. Es ging ja gar nicht anders. So, jetzt geht's hier hin. und du feierst das sehr ja ja Komm her, komm her, bin ich draus. Ist hier was? Oh, was war das denn? Oh, das Spiel ist schon... Es ist ewig her, dass ich das gespielt habe. Es ist schon sehr alt. Oh mein Gott, aber ich achte oder so. Sieben, achte. Ah. Gut, der liegt hier einfach mal so rum. Nehmen wir mal mit. Einfach mal schön zerstören. Ja, du... Abscheulicher Haufen. Was auch immer du darstellst. Du brauchst mich nicht. Ich brauch dich nicht. Haben wir das geklärt. Wunderbar. Alter. Seid ihr? Von hinten seht ihr aus wie Sandern, aber... Au. Sandern ist kein Kampf-Pogmon. Au. Was geht mit dem? Alter. Der ist ja cool. Oh. Au. Kleine scheiße Reis mit der Unternecke. Das wäre so. Ich geh doch einfach weg. Ich würde nur mein Kristall. Ich würde mich schon wieder. Siehste, alles cool. Let's easy. Ach, komm schon. Ich darf mich mit einem Scheiß zu bewerfen. Nein, 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 nein. Nein, nein. Ich. Nein, nein. Wo? Ja, war das jetzt richtig? War das falsch? Gibt's da noch irgendwas? Ich hab keine Ahnung. Ach. So unfahrhaft. Wieso schmeißt man ihn so ins kalte Wasser? Und ich komm da. Äh, Mann, deine Mutter ist bestimmt stolz auf dich. Alter, alter. Wer kaut doch nur durch, so richtig so. Schmackes. Was seid denn ihr? Level 10. Die KP steigen. Die Stärke genauso. Abwehr ist dabei. Beim Glück ebenfalls. Ich wollte weg, wenn ich... Alter. Muss ich hier überhaupt was machen? Höp. Nein. Boah. Hm. Jetzt, äh, jetzt... Jetzt hab ich mich gerade recht vertraut. Na komm. Ah. Toll. Das ist sehr schön, ein Kristall. Ich hab noch nicht viel überlegt. Ich kann ja eins und eins zusammenrechnen. Aber 137 Damage. Das ist schon nicht verkehrt. So, auf ein neues. Nummer eins. Nummer zwei. Nummer drei. Nummer vier. Punkt Nummer fünf. Alter. Warum so viele von denen? Was hört doch nicht auf. Ich seh schon, dass da was leuchtet. Ich seh schon, dass da was leuchtet. Klauen mitten im Gebüsch rum. Und schon wieder Musik anders. Oh. Ja. Na ey, sag mal. Komm mal. Komm her. Ja. Ach komm. Du. Mensch. Ist gut jetzt. Alter. Jetzt ist gut. Ja. Noch irgendwo nicht raste aus. Wo ist meine Wunderknolle? Habe ich schon wieder alle aufgepucht? Oh, verdammt. Wie viel haben wir denn? Eine. Ist jetzt nicht so pralle. Nicht klöpchen, muss ich nicht. Okay. So. Hier war doch irgendwo was zum Festkreis. Hier war das. Oh Gott, Alter. Ich dachte, der holt mich jetzt hier runter. Wo komme ich denn? Hier hin. Ja. Die guten Schuhe. Ach, hier bin ich. Hier hin. Ja, mal gut. Wer hat den Greifglauchmann. Geh einfach weg. Ich würde es gar nicht aussprechen. Ja, mal gut. So, weiter geht's. Und wieder hier ran. Und rein hier. Ich habe mich jetzt abgekürzt. Ah, diese... Ah, diese Vögel. Na, komm her. Komm, hab dich nie so. Warte, die kriege ich noch. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Das ist ja auch wieder dieses Scheiß-Piecher. Aber haben wir souverän gemeistert. Ging ganz gut. Ja, gleich noch einer. Das nehme ich mal an mich. Das nehme ich mal an mich. Ich muss mich genau bei diesen Viechern hier rausschmeißen. Das ist ja gemein. Das sieht schon mal gut aus. Geh doch. Geh doch einfach. Oh. Oh! Wo, 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 wo? Guck mal hier hin! Oh, ja! Noch so ein... Vorheirer! Ja! Ich bin oben! Ah. Na, hat sich doch gelohnt. Jetzt geh ich schnell zurück. Oh. Ah. Alter. Ja. Ja, 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 ja. So, jetzt habe ich kaum noch KP. Ich wette, jetzt kommt der Endgegner. Das würde mich nicht beinahmen, wenn jetzt der Endgegner kommt. Das sieht so aus. Nein. Bevor ich da jetzt hochgehe. So, ich habe jetzt nichts mehr zum Heilen. Ah. Ich rieche doch schon, was auf mich zukommt. Das ist nicht das, was ich gerade mit mir trage in der Hose. Nee, oh nee, oh nee. Ja, 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 na klar. Die kann man so abwärmen. Ja, da kann ich zustechen. Hahaha. So. Äh. Ist aber nett, dass du so wirst. So. Hast du das gesehen? Also wenn er nicht mehr machte, wirst du so viel. Ah, ich hab's doch gewusst. Der Vogel sucht der Stärke. Auch noch. Das macht er nischt. Ja, der kodiert mir jetzt alles voll. Das ist ja nett. Ähm. Halla, das geht ganz schön ab hier. Ja. So. So, erstmal wieder um 5 besteigern. Und dann. Kann ich mir jetzt hier auf den Kopf, ey. Er ist weg. Der Vogel ist besiebt. Yeah. Infernalers ist besiegt. Steve. Lange wartete ich auf diesen Augenblick. Alle Vögel sollen ihre natürliche Lebensform wiedererlangen. Doch bedenke, noch ist es zu früh für die Wiederbelebung der Welt. Du musst für das Wachstum allen Lebens sorgen. Hey, super. Wir haben die Vögel befreit. Oh, die Zwischensequenzen sind immer so schön gemacht. Huch. Hier ist ja sein Party. Naja. Okay. So. Dann haben wir auch die Vögel befreit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid auch dabei, wenn wir die nächste Lebensform retten werden. Und damit verabschiede ich mich für heute. Bedanke mich bei euch. Und bis zur nächsten Folge von Terranigma. Bye, bye. Bye.